Moin Moin liebe Leute, ich habe gerade meine letzten E-Mails gecheckt für heute und meine Bordkarte ausgedruckt für den Flieger. Und was das heißt, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, es geht für mich morgen wieder auf Angelreise. Und zwar diesmal geht es nach Norwegen. Ich war schon häufiger in Norwegen und von daher ist das für mich so jetzt nichts Besonderes an sich. Aber die Jahreszeit ist besonders für mich. Ich war bis jetzt immer im Frühsommer und im Sommer in Norwegen, weil das Wetter da ganz gut ist. Aber jetzt ist es Ende März und ich möchte zum Frühjahrsangeln nach Norwegen. Genauer gesagt auf die Lofoten. Die Lofoten, das ist eine Inselgruppe in Nord-Norwegen. Ja, von der Höhe gesehen etwas nördlich noch von Island, also schon ziemlich weit im Norden. Und das ist ein exzellentes Dorsch-Revier. Ich war da schon mal vor zwei Jahren im Sommer. Da gibt es auch ein Video zu im Big Fish Media Channel hier bei YouTube. Könnt ihr euch ja mal angucken, alle noch ein bisschen weiter runter scrollen. Da kommt dann unser Sommerangel-Video auf den Lofoten. Und der Betreiber der Ferienanlage dort, der Hans Ahne, der hat gesagt, im Frühjahr da kannst du hier richtig tolles Dorschangeln erleben. Dann komm doch noch mal im Frühjahr rum und jetzt habe ich es endlich geschafft. Morgen geht es dann los auf die Lofoten. Im Frühjahr ist es natürlich vom Angeln her gut, aber vom Wetter her ziemlich kritisch. Denn, ja, wollt ihr euch wahrscheinlich denken, so weit im Norden und so früh im Jahr, da kann es leicht mal Sturm geben, Wind geben, Regen, Schnee. Da kann man dann schon Pech haben, dass man eine Woche in der Hütte sitzt, zumal es im Frühjahr auch noch relativ kalt sein kann. Wobei man einschränkend sagen muss, dass es auf den Lofoten nicht ganz so kalt wird, obwohl die so weit im Norden liegen. Und zwar liegt das daran, dass da der Golfstrom vorbeigeht, der warmes Wasser nach Europa bringt. Und deshalb ist der Fischreichtum da auch so groß. Und, ja, jetzt muss ich mal gucken. Wettervorhersage checken mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinfliege. Und das mache ich jetzt auch diesmal. Und gerade für Norwegenfahrer kann ich folgende Seitwetterseite empfehlen. Das ist eine norwegische. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht alles lesen, was da steht, obwohl es das glaube ich auch auf Englisch gibt. Kann man dann umstellen auf Englisch. Aber die sind sehr genau und ich weiß, dass es auch die Norweger und dann teilweise auch die Berufsfischer benutzen. Und zwar heißt die Seite www.yr.no. Also ganz einfach www.yr.no. Das kann sich jeder merken. Das gebe ich jetzt mal ein. So. Und jetzt wähle ich die Stadt. Na ja, Städte gibt es auch die Trophoten in unserem Sinne nicht. Moskenes heißt der Ort, wo die Fähre dann anlandet. Und das ist auch nicht so weit weg von unserer Unterkunft im Sumpt. Und da gucke ich jetzt mal nach dem Wetter. Und da sehe ich, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also 0 Grad, 1 Grad, minus 1 Grad, 0 Grad. Also es rät recht gut. Und das hat mir der Hans Arner auch gesagt, dass es eigentlich kaum friert bei denen. Die haben immer so 0,1 Grad durch den warmen Golfstrom. Und es ist relativ mild auch im Winter. Also wir haben nicht diese Minusgrade im Winter. Und jetzt gucke ich mal nach Niederschlag. Ich habe kaum vorher gesagt, das ist perfekt fürs Filmen, wenn es nicht regnet. Das freut mich. Und jetzt Thema Wind. Natürlich auch immer so eine Sache. Wind, ja, aber das sieht auch ganz gut aus. Also da kann man eigentlich nicht motzen. Relativ wenig Wind. Und deshalb hoffe ich, dass wir dann ganz gut rauskommen. Hier sehe ich gerade mal so 3 bis 5 Meter pro Sekunde. Und ja, für die Tage. Das sieht ganz gut aus. Und ich denke, da können wir fahren. Vielleicht habe ich ja endlich mal Glück mit dem Wetter. Sonst habe ich ja eher so durchwachsenes Glück mit dem Wetter. Aber diesmal sieht es ganz gut aus. Obwohl man sagen muss, dass das in Norwegen vielleicht ein, zwei Tage gelten kann. Was man hier sehen kann. Also das kann sich innerhalb von kürzester Zeit dann wieder enden. Und dann kann es schlechter oder besser sein. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Begleitet werde ich diesmal bei der Tour von dem Philipp. Das ist mein Grafiker, mit der mir mal so ganz toll mein Karpfenmagazin layoutet. Und er ist auch ein hervorragender Angler. Und der hat gesagt, ich will auch mal auf die Lofoten. Und dann habe ich gesagt, komm mit. Und jetzt ist er dabei. Der kommt dann morgen. Beziehungsweise heute Abend kommt er schon. Und dann fliegen wir morgen früh dann auf die Lofoten und dann gucken wir mal, dass da was Schönes vor die Kamera kommt. Ich mache jetzt hier noch ganz kurz weiter. Mach den Rechner dann aus. Und dann sehen wir uns dann morgen am Flughafen. Bis dann. Moin Moin, liebe Leute. Nach Fährfahrt und Flügen sind wir jetzt hier angekommen, wo ich schon vor anderthalb Jahren stand. Da war das Wetter deutlich besser. Da war es sonnig. Jetzt ist hier richtig dick Schnee. Aber Gott sei Dank kein Wind, so wie die Wettervorhersage auch gesagt hat. Und jetzt gleich geht es dann los mit dem Schnee. Na ja, man kann nicht so weit gucken, aber es ist egal. Wichtig ist, dass kein Wind ist. Und der Philipp, den habe ich euch ja schon angekündigt in meinem Vorspann. Der ist jetzt zum ersten Mal hier auf den Lofoten. Und ja, sag mal, was denkst du? Ja, also landschaftlich ist das hier einmalig. Also ich war noch nie, ich war schon in Norwegen, aber ich war noch nie auf den Lofoten. Das war wirklich ein tolles Stück Land hier hinten. Ja, und ich hoffe irgendwie, dass wir auf die dicken Dorsche heute rausrollen und dass wir ordentlich fallen. Genau. Fangen ist das Stichwort. Lass uns los. Nicht viel Zeit verplempern hier im Schnee. Wir sehen uns gleich am und auf dem Wasser. Let's go. So, jetzt haben wir das hier das Zeug zum Boot getragen vom Hans Arne. Den kennt ihr schon von unserem Sommerfilm hier auf den Lofoten. Der Hans Arne hat gesagt, Fisch ist da. Und ja, jetzt denke ich, fahren wir los, fahren wir raus zu den Fischen. Der Schnee ist auch ein bisschen weniger geworden. Das stimmt mich ganz positiv. Und deshalb jetzt raus aus Wasser. Come on, let's go. So, am zweiten Platz haben wir jetzt runtergelassen. Wir fischen hier sehr schwer und ich habe den ersten dran. Und man sieht, die Rute ist schon gut krumm. Ich bin mal gespannt. Am ersten Platz hatten wir jetzt gar nichts. Und hier ist jetzt richtig Fisch zu sehen auf dem Echolot. Und dann war es auch gleich das... Jetzt ist ging das. Ich hoffe, der ist nicht gerissen von außen oder so. Weil so fühlt sich fast an. Das muss er nicht anmachen, ne? Der war leider abgerissen im letzten Moment. Wir haben ihn schon gesehen. Der war nicht schlecht. Aber naja, der hing noch in einer anderen Schnur drin. Vielleicht lag es daran, dass er sich so ein bisschen aufgeraut hat. Ja, so ist es halt. Alter, wir haben schon einen drauf und wir machen jetzt weiter. So, wir sind jetzt auf die zweite Stelle gefahren, nachdem Gregor sich seinen eben abgerissen hat, was jetzt bei mir in der Route auch geknallt. Und wir fischen hier in 60 Meter Tiefe. Und die Fische können hier immer gut 20 Kilo haben. Das ist Arbeit, hier hochzukommen. Mal schauen, was das ist. Das ist der erste Dorsch hier in Norwegen. Ich würde mal sagen, der hat so 6 Kilo. Ist ein schöner Fisch. Schön festes Fleisch. Und so kann es weitergehen. Kurz nachdem der Philipp jetzt sein hatte, war bei mir auch hier der Knüppel Krumm. Im Gegensatz zu gerade eben, hat er jetzt auch schon mal ordentlich Schnur genommen, obwohl er sich nicht so schwer anfühlt. Aber hier ist der Knüppel Krumm in Nord-Norwegen. Dafür sind wir hier hingekommen. Ah, ist das geil. Jetzt will ich den gerne raushaben. Original, der Art der Daughter? ZumalAPP ж fest. Jetzt kommen wir wieder hin. Sapann wieder hin, was für dich jetzt nach helfen. Mein Geruch ist er, gu니까 Jetzt kommen wir wieder hin. Gut. T gut! Jetzt kommen wir wieder hin. Oh nein, es ist ein Geruch. Das ist Angeln auf den Lofoten hier. So, jetzt habe ich ihn gleich oben. Jetzt habe ich meinen ersten hier Lofoten Winterdorsch rausbekommen. Ich tippe mal so ans Arne auch so acht bis zehn Kilo, so den Dreh. Das sind schon echte Geräte und die machen dem Drill auch ordentlich Spaß. Unglaublich, wie viel Fisch hier ist. So, jetzt habe ich einen dicken Dorsch hier nachgelegt. Ich schätze mal, der hat knappe neun Kilo, würde ich sagen. Wir müssen jetzt ziemlich schwer fischen. Ich hatte vorher 650 Gramm auf meiner Route. Jetzt haben wir gewechselt auf 750. Das ist schon richtig Arbeit, aber es macht auch richtig Spaß. Man fängt nämlich richtig große Fische. Die Flut hat gerade den Höchststand erreicht. Und jetzt habe ich einfach mal gewechselt vom Pilka auf Gummifisch mit einem schweren Korb. Und das ist dann auch ganz gut geklappt. Und ja, so kann es weitergehen. Jetzt ist wieder mehr Strömung. Deshalb können wir nicht mehr mit Gummifisch angeln. Sondern müssen wieder die 750 Gramm Pilka dranhängen. Aber der Knüppel ist wieder krumm. Und zwar richtig. Guckt euch das an. So eine krumme Route hier. Ich glaube, da haben wir morgen schon nach dem ersten Tag Muskelkater. Knapp über Grund gehakt. Und obwohl wir es so um den Gefrierpunkt haben, ist es mir irgendwie nicht kalt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, woran das liegt. Ich schwitze sogar. Ich bin mal gespannt, was das ist. Doppeldrill jetzt hier. Ich drehe meinen schon ein bisschen länger. Und der Philipp, da sitzt auch gerade ein Einschlag. Beide Huten so richtig krumm. Aber meiner ist jetzt gleich bereit für die Landung. Das Ergebnis unseres Doppeldrills, das kann sich durchaus sehen lassen, oder? Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ich würde sagen, die haben beide so knappe 10 Kilo. Ja, und das sind gute Fische hier. Perfekt. So kann es echt bei der Gäste. Da kann man auf der Ostsee nur von träumen. Geil. Absolut geil. Hat jetzt nochmal richtig schön in der Route gerade reingehauen. Wir sind jetzt fast auf 100 Meter Tiefe. Wieder mit den dicken Pilkern. So dass ich definitiv der schwerste Fisch meiner zumindest hatte. Ich bin gespannt, was da gleich hochkommt. Das dauert jetzt ein bisschen aus 100 Meter. Gucken wir gleich mal. Ja, super hier der Don. Bis jetzt den größten Fisch. Und das schon am ersten Tag hier war es schon eine Granate. Bestimmt 30 Pfund. Und Hans Arng hat uns mal wieder sicher zum Fisch hier geführt. Super geil. Super geil. Und der Schnee wird wieder stärker. Aber scheißegal. Wir machen weiter. Das ist anstrengend. Das ist ja schon fast kein Urlaub mehr. Ich habe jetzt die Mütze gewechselt hier auf die Norweger Mütze von Hans Arne. Und das Wetter wird besser und die Fische sind noch wieder gut hier. Schöner Dorsch. Jetzt haben wir ihn gleich am Boot. Jetzt kommt er hoch, das ist auch kein schlechter. Das ist jetzt schon so, ich weiß nicht, der 25. 30. Fisch so in der Klasse. Ist ja unglaublich, was man hier so erlebt. Boah. Heute Abend tun wir alles weh. 15. 15. Oh, ein guter. Fisch wieder. Fisch wieder? Ja. Oh, fertig. Oh, ein guter. Sie essen jetzt. Sie essen jetzt. Sie essen jetzt. Ja. So ist es in der Kamera. Das ist ein Stress. Tschüss. Ah, das hat aber nichts. Oh, das ist ein Stress. Ah, das hat er auch. Oh, das ist ein Stress. Und der Knüppel ist schon wieder grob! Ja, vielleicht habe ich auch zwei! 25 Kilo! Der hat 40, 50 Pfund! Das ist das Viech an! Das ist meine Hand, das ist der Fischkopf. Den rot-weißen Beifänger! Der Hammer! Unglaublich! Guckt euch das Viech an! Den kann ich gar nicht nach vorne halten! 20, 25 Kilo auf jeden Fall! Dafür bin ich hier hingekommen! Geil! Ja, der Hans-Arne hat jetzt auch wieder zugeschlagen! Hier auch wieder so ein Kaventsmann! Also der weiß hier wirklich, wo die Fische sind! Hier ist alles voll! Also eigentlich können wir schon Schluss machen! Jetzt haben wir zur Abwechslung nochmal einen schönen Längen gefangen hier! Schöne Portionsgröße! Da können wir uns gleich schöne Filets drausschneiden für die Pfanne! Da freue ich mich schon drauf! Mmmh! 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 Ja, was man da hinten jetzt sehen kann, das ist Stockfisch. Das sind Dorschegefangene, die fängt man im Winter. Die werden dann hier aufgehängt zum Trocknen mehrere Monate lang. Trocknen die dann hier! Das ist ganz gut! Oder das wird hier kein Parasitenbefall! Oder Fliegen, so wie das bei uns geben würde! Weil das Klima hier einfach zu kalt ist für Fliegen! Deshalb können die die Filets hier mehrere Monate lang aufhängen! Da sind die richtig trocken und dann werden die verkauft nach Spanien, nach Italien! Und dort sind die eine Delikatesse und werden da sehr gerne gegessen! Und da verdienen die richtig Geld mit! Und dann gibt es auch noch diese Dorschköpfe, die aufgehängt werden! Die gehen meines Wissens nach! Lass erstmal das Auto vorbeifahren hier! Die Köpfe, die gehen meistens wissens nach nach Afrika! Da werden die dann ja zermahlen und dann kommt das dann als Zutat in die Suppe rein! Und so sieht man, vom Fisch wird hier alles, alles genutzt! Ein paar Worte zur Ausrüstung und zum Tickel, was wir hier brauchen! Es ist ja jetzt Frühjahr, wie ihr gesehen habt! Es liegt noch ordentlich Schnee! Es ist kalt, also Temperaturen hier so hatten wir zwischen minus 2 und plus 2 Grad! Da ist es wichtig, dass man gut angezogen ist, dass man warm angezogen ist! Das macht das Angeln keinen Spaß! Erstes wichtiges Ausrüstungsteil, was man dabei haben sollte, hier ist ein guter Floater! Ob einteilig oder zweiteilig ist Geschmackssache! Das kann man sich aussuchen, aber der hält warm! Und ja, falls man über Bord gehen sollte, ist das auch noch eine Hilfe! Dann, als zweites, eine gute Mütze für den Kopf, damit einem auch den Kopf nicht warm wird! Hier, die habe ich vom Hans Arne bekommen, so eine richtig schöne Norweger Mütze! Die hat sich wirklich bewährt, aber ihr könnt auch eine normale Mütze nehmen! Und dann für die Füße, weil ich mag es überhaupt nicht mit kalten Füßen zu angeln! Hier so ein paar Thermoboots! Die halten die Füße schön warm und dann macht das Angeln auch richtig Spaß! Dazu natürlich ein paar Handschuhe, damit man keine kalten Finger bekommt! Am besten welche, wo man die Fingerkuppen öffnen kann, damit man da besser mit Fischen kann! Oder aus Neopren oder so! Das sind gute Handschuhe! So viel zur Ausrüstung, zur Bekleidung! Und zweiter Punkt ist das Teckel, das man braucht! Es ist so, dass die meisten Dorsche um diese Zeit weit draußen stehen, also weit draußen nicht im Fjord sind! Man muss schon aufs Meer rausfahren, auch wenn das hier nicht so weit ist! Die Anfahrt ist relativ kurz, aber man fischt halt nicht in den Fjorden drin! Und da draußen ist relativ starke Strömung! Das heißt, man braucht ziemlich viel Gewicht! Ich habe jetzt hier mal so einen Pilker, zeige ich euch mal, die wir hier so gefischt haben! Das ist jetzt hier 600 Gramm, aber wir sind auch bis 1000 Gramm hochgegangen! Also bis 1 Kilo Blei, das müsst ihr euch mal vorstellen! 1 Kilo Blei, damit man überhaupt bis zum Grund kommt bei der ganzen Strömung! Der hier ist jetzt aus dem Aquantic Programm von Senger! Schön silberne Farbe, Reflekt, gut das Restlicht! Der hat sich bewährt, aber ihr könnt natürlich auch andere Pilker nehmen! Hauptsache ihr habt so die Gewichtsklassen 500 bis 1000 Gramm! Die müsst ihr dabei haben, sonst kommt ihr nicht runter! Ja, dann als Beifänger, hoffe ich kann das jetzt hier in die Kamera zeigen, ja das funktioniert! Hier solche Gummi-Oktopusse, die dann schön im Wasser hin und her wedeln, die haben sich bewährt! Was auch noch geht, sind diese bekannten roten Gummi-Max, die jeder Norwegenangler mit dabei hat! Nur achtet darauf, dass ihr wirklich Modelle habt mit stabilen großen Haken! Denn wenn hier mal eine Dublette einsteigt, was weiß ich, so 2 Fische um die 10-15 Kilo und ihr habt dann ein zu leichtes Gerät, also große Haken an den Vorfächern, dicke Vorfachschnur Sonst wird das so ein Problem, wenn hier mal 2 oder 3 Fische mal einsteigen! Dann braucht ihr wirklich richtiges Material! Zur Route! Wir haben schwere Pilgruten gefischt hier! Mit einer Stationärrolle oder Multirolle, wer es mag! Ich fische lieber mit Stationärrolle! Der Philipp angelt lieber mit der Multirolle! Das ist jedem freigestellt! Nicht, dass ihr hier so eine dicke Schnur drauf habt! Ich denke mal eine 25 oder 30er geflochene, damit macht ihr nichts verkehrt! Damit bekommt ihr auch einen großen Fisch raus! Und das ist eigentlich schon alles an Ausrüstung, was man braucht! Wenn ihr dann mit dem Flieger anreisen solltet, bekommt ihr Reiserouten auch gut in den Koffer! Würde vielleicht noch einen Zusatzkoffer anmelden für Pilka-Hemming zu nehmen! Weil 10 Pilka A 750 Gramm, die wiegen ja schon ein bisschen was! Da könnt ihr noch ein bisschen Ausrüstung reinpacken! Aber wie gesagt, so viel Ausrüstung braucht ihr hier nicht für das Angeln auf die großen Borsche! Das ist relativ unkompliziert, wenn man rauskommt! Zweiter Tag hier, heute auf den Lofoten! Nachdem wir ja gestern eigentlich schon alles gefangen haben, was wir uns vorgenommen hatten, ist das heute eigentlich nur noch Bonusprogramm und auch in den nächsten Tagen! Aber wir wollen es natürlich nicht nehmen lassen, heute rauszufahren! Der Philipp ist ja auch noch ganz heiß! Vielleicht fängt er ja auch noch einen richtig großen! Ich wünsche es ihm auf jeden Fall! Ich hoffe es! Wollen wir doch mal sehen heute! Und Wetter heute perfekt! Etwas mehr Wind soll sein, aber dafür ist es schön sonnig, zumindest noch! Und deshalb starten wir jetzt schnell raus aufs Meer und gucken, was an den Haken geht! Bis später! Auf geht's! Echt hartes Fischen hier! Heute ist auch mehr Strömung! Was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, oder gestern und heute, dass die Norweger fischen hier mit sehr langen Vorfängern! Also die haben irgendwie hinter dem oder über dem Pilzer so drei, vier Meter Vorfachen mit zwei, drei Haken! Unsere Ostsee-Vorfächer, die sind ja meistens nur so 50, 60 Zentimeter und dann sind die Beifänger! Und dann ist das viel länger! Die Begründung dafür ist, dass sich dann unterschiedliche Wasser abfischen können! Und das ist schon eine Einleuchtung und dann versuche ich den erstmal hier hochzukriegen! Das sind hier so die, ja die kleineren Exemplare! Bei uns auf der Ostsee wären das schon gute Fische! Aber hier ist das gerade mal Durchschnitt! Und unglaublich, was das hier für ein Angeln ist! Wie auch schon im Sommer, Norweger Pilken hier so in unserem Hofpilken! Jetzt haben wir heute noch ein bisschen... Ja wir Pilken hier viel aggressiver als wir, rund auf der Ostsee! Aber es scheint ja zu funktionieren. Da drüben das Boot, was ihr seht, sind auch Einheimische. Die fischen mit der Handleine. Nicht so wie wir mit der Rute, sondern schön mit der Leine runterlassen. Und ich glaube, die fischen meistens noch effektiver als wir. Aber wir haben ja auch gut gefangen. Die Dorsche nehmen hier nicht nur unsere schweren, dicken Kilo-Pilker, die wir hier dran haben, sondern auch die kleinen Beifänger. Und das ist richtig schön. Und was hier so drin ist, das ist unfassbar, was hier an der Sprung steht. Und wir wollen jetzt mal weiter gucken, was wir noch so kriegen. Der Philipp sagt, er hat jetzt einen großen dran. Aber das glaube ich nicht. Der ist bestimmt noch von außen gehakt. Wir werden sehen. Der Kleine hier, der war ganz schön kampfstark. Ich habe ihn etwas größer eingeschätzt. Aber es ist trotzdem ein schöner Fisch. Schönes Fischfilet für heute Abend. Und so kann es weitergehen. Ja, unsere Woche auf den Lofoten ist jetzt hier vorbei. Wir haben unglaublich geiles Dorschangeln erlebt. Sowas habe ich noch nie gehabt mit so vielen großen Fischen. Oder Philipp, unglaublich, oder? Also wir haben, das war die spektakulärste Angelwoche, die ich hier erlebt habe. Wir haben Fische gezwangen, die waren zwischen 10 und 25 Kilo. Wir mussten nicht so weit rausfahren. Es war wirklich eine wunderschöne Woche, die wir hier verbracht haben. Ja, echt gigantisch. Diese Fischgrößen, also habe ich noch nirgendwo erlebt. So ein großes Durchschnittsgewicht. Das ist einzigartig hier. Man darf halt aber auch nicht vergessen, es ist jetzt Frühjahr. Wir kommen gerade aus dem Winter. Frühjahr ist doch vom Wetter anders als Sommer. Also im Sommer kann man hier auch relativ sicher sein. Klar muss man immer mal mit Ausfalltagen rechnen. Aber das Wetter ist jetzt relativ unsicher. Wir hatten sehr viel Glück. Wir konnten eigentlich jeden Tag angeln, fast jeden Tag angeln. Wenn man hier im Frühjahr ist, muss man immer mal damit rechnen, dass man auch mal mehrere Ausfalltage hat. Das ist halt eben das Risiko hier in dem Revier. Ja gut, wir hatten jetzt Glück und können das Revier nur jedem empfehlen, wer hier mal Großdorsch angeln will. Hier ist wirklich Fisch ohne Ende, wenn man zur richtigen Zeit da ist. Und würdest du noch mal wiederkommen, Philipp? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Revier ist top. Die Häuser, die wir hier hatten oder das Haus, in dem wir gewohnt haben, das ist super, super sauber, alles da, was man braucht. Die Boote waren, wir sind jetzt mit dem Boot von Hans Arne. Der hat ein großes Boot rausgefahren. Aber zu den Häusern gibt es hier auch kleinere Boote. Da sind wir auch einen Tag mit rausgefahren. Die sind von der Ausstattung top. Funktionieren alle wunderbar. Alle gut ausgerüstet. Reicht vollkommen aus. Genau, die Ausrüstung ist vollkommen in Ordnung. Ausreichend dafür. Und ich würde auf jeden Fall wieder herkommen. Würde ich jedem empfehlen. Vielleicht schon wieder im nächsten Jahr. Vielleicht im nächsten Jahr. Wer weiß. Und wer das Ganze mal selber erleben will, ob im Frühjahr, im späten Frühjahr oder dann im Sommer auch, wenn das Wetter ein bisschen stabiler ist, der guckt nach auf der Seite von Borgs Ferienhäusern www.borgs.de. Da gibt es diese ganze Destination hier. Die mehrere Wohnungen mit Boot. Und der kann sich da informieren über Preise, Saisonzeiten etc. Und kann das dann auch direkt bei Borgs buchen. Und in dem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020